Vor euch seht ihr den neuesten Lego Star Wars Adventskalender, die 75340. Hier bekommt ihr über 300 Einzelteile für eine UVP von 34,99€. Das sind 5€ mehr als im letzten Jahr. Deshalb wollen wir natürlich mal gucken, ob sich das überhaupt noch lohnt, so einen Adventskalender zu kaufen. Acht Minifiguren sind dabei, ein paar davon exklusiv. Teilweise basieren sie auch auf dem Holiday Special auf Disney+. Das Set wurde mir hier für ein Review von JB Spielwaren zur Verfügung gestellt. Ihr könnt deren Angebot auch nochmal in der Infobeschreibung finden. Die bieten das mit Rabatt an. Falls ihr den Kalender gerne haben wollt, solltet ihr vielleicht drüber nachdenken, den jetzt zu kaufen. Wenn es dann so Ende November ist, dann kann es schon mal sein, dass sie ein wenig knapp werden. So war es jedenfalls in den letzten Jahren. Falls ihr noch nie einen Adventskalender aufgemacht habt, hier an der Seite gibt es halt diese Siegel. Dann klappt ihr den um und dann kommen hier halt die 24 Türchen zum Vorschein. Sehr cool gemacht hier mit Endor und dem AT-AT-Walker. Hauptsache da sind jetzt auch ein paar Ewoks drin. Starten wir mit Türe Nummer 1. Ui, da ist recht was Cooles drin. Das ist ein Minibild des Republic Gunchips. Allerdings das mit geöffneten Türen. Das habe ich so auch noch nicht als Minibild gesehen. Ist dann einfach so ein Fensterrahmen. Ein bisschen schade, dass sie hier oben so viele graue und da auch noch andersfarbige Teile verwendet haben. Siehe glaube ich nochmal besser aus, wenn alles in weiß gewesen wäre. Aber ansonsten mag ich die Idee mit dieser geöffneten Tür sehr gerne. Los geht's, Türchen Nummer 2. Und ach, ja hier wird nochmal der Clone Commander aus dem Republic Gunchip recycelt. Kein Blaster hat er dabei. Gab es auch schon mal in dem Clone Trooper Minifigurenpaket. Warum man den jetzt hier nochmal reinlegt und nicht einfach einen normalen Phase 1 Standard Clone Trooper, ergibt sich mir noch nicht so ganz. Ein bisschen vermisse ich auch den Print hier auf der Hüfte. Na, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Aber immerhin, es ist mal wieder eine Clone Trooper Figur in einem Adventskalender. Tag Nummer 3. Bald ist schon wieder Nikolaus. Hier haben wir einen Droid Tri-Fighter. Ja, sieht okay aus als Mini-Bild. Gab es schon ewig lange nicht mehr als Set. Ist jetzt aber irgendwie auch kein Highlight für mich, muss ich ehrlich sagen. Türe Nummer 4. Oh, das hier ist ein Acclamator Assault Ship. Der Mini-Bild sieht jetzt okay aus. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Tatsächlich haben sie den Großen noch nie als richtiges Lego Star Wars Umset umgesetzt. Aber jetzt hier in diesem Adventskalender interessant auf jeden Fall. Vielleicht ist es ein Zeichen. Ich schätze aber eher nicht. Türe Nummer 5. Natürlich darf nicht fehlen ein B1 Battle Droid mit diesem leicht Metallic glänzenden Blaster. Ich hätte mir echt auch mal wieder einen Super Battle Droid gewünscht. In letzter Zeit machen sie die ja gar nicht mehr. Aber gut, Battle Droiden bin ich auch immer glücklich mit. Jetzt wird es aber spannend, denn jetzt kommen wir zum Nikolaus-Türchen. Oh, das ist das Bad Batch Shuttle. Das gab es ja auch schon in groß. Ach, die Proportionen stimmen hier nicht so ganz. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall stabiler als das große Set. Kann man schon mal so sagen. Und ich finde es auch cool, dass sie hier was zum Bad Batch in diesen Adventskalender hereingelegt haben. Dass nicht alles nur wieder ein Thema ist, so wie im letzten Jahr halt großenteils Mandalorian. Türe Nummer 7. Was eine Überraschung. Das ist der Landspieler von Luke Skywalker. Angedeutet ist er hier auch durch diese eine Noppe. Beziehungsweise neben ihm auch noch C3PO in Gold. Cool finde ich, dass hier auf der einen Seite die Düse etwas anders gebaut haben als hier. Ist ein stabiler Minibild, aber auch jetzt nichts, was mich so vom Hocker haut. Tüchen Nummer 8 ist ein T16 Sky Hopper. Etwas sehr dick hier in der Mitte. Aber ansonsten kann man ihn, denke ich, gut wiedererkennen. Auch schon Ewigkeiten nicht mehr als Set. Finde ich aber jetzt auch nicht so schlimm. Die letzte einstellige Zahl. Tüchen Nummer 9. C3PO wird geköpft. Oh, das ist natürlich eine exklusive Minifigur. C3PO in seinem Weihnachtspullover, wo halt dann R2D2 drauf ist. Und hier auch an seinen Beinen sehen. Das ist das neue Beinteil aus dem Trash Compactor mit der silbernen Bedruckung drauf. Ist eine exklusive Figur. Finde die Figur damals mit C3PO und dem Weihnachtsparty ist wesentlich langweiliger gewesen als diese hier. Also von daher cool. Weiter geht's mit Tür Nummer 10. Ah, Lego scheint Tatooine zu mögen. Das ist ein Evapovator und bei mir damals wäre es genau das Minimodell gewesen, welches ich nach einem Tag nicht mehr habe, weil ich die Teile irgendwo anders für benutzt hätte. Sieht okay aus. Dieser Minibild soll wohl den Landspeeder aus der Mos Eisley Cantina darstellen. Ganz ehrlich, da hätten sich auch einen von den beiden Landspeedern sparen können und so schön finde ich den jetzt auch nicht. Naja, gut, es ist was es ist. Oh, und wir sind bei der Hälfte angekommen. Nummer 12. Ui, okay, da geht's jetzt los. Das hier ist Darth Vader mit seinem Strandball. Der Ball ist leider nicht bedruckt. Das hätte ich noch ganz cool gefunden. Vielleicht, als ihr die Plakate gesehen habt, da seht ihr halt, da gibt's halt so einen Beachball. Aber, nun gut, das hier ist Darth Vader mit Schwimmflossen. Könnt ihr ihm ganz einfach abnehmen. Aber in dem Fall ist es hier auch ein exklusiver Print für sein Strandhemd. Ganz cool, das ist Scarif hier mit dem Todesstern im Hintergrund. Und tatsächlich sogar den bedruckten Arm. Wie cool ist das denn bitte? Das heißt, falls ihr den Erwärtskalender habt, könnt ihr dem hier auch einfach schwarze Arme geben. Und eurem Vader, wenn ihr noch keine Armbedruckung habt, gebt ihr einfach die Armbedruckungen. Super Sache. Den zweiteiligen Helm und darunter halt nochmal das zernarbte Gesicht. Und so ist er auch wirklich nur in diesem einzigen Set enthalten. Da geht's schon los. Das ist sein Extra. Da hat er quasi seine Fortress mit Sand nachgebaut. Einen Eimer gibt's dazu, eine Schaufel gibt's dazu. Ja, ganz netter Minibild. Würde ich aber wahrscheinlich auch auseinandernehmen, um ehrlich zu sein. Jetzt müssen aber noch einige Figuren kommen. Jetzt wird's langsam spannend. Ah, okay. Das hier ist ein B-Wing. Natürlich kann man auch hier die Flügel dann wieder einklappen. Von hinten sieht er ganz nett aus. Vielleicht ist auch das ein Zeichen, dass wir irgendwann mal wieder ein B-Wing-Set bekommen werden. Das letzte ist ja schon, naja, acht Jahre alt. Ist irgendwie ein cooler Minibild. Ui. Das ist ein TIE Interceptor. Auch den gab's schon lange nicht mehr als Set. Cool gebaut finde ich hier diese Technik mit den Clipsern und den Flügeln, die sich so zusammenklappen. Hängen da quasi so in der Mitte drin. Naja, und dann düst er so durch die Gegend. Das ist einer meiner Lieblingsbilds bis jetzt. Büre 16. Ah, da haben wir was Einzigartiges. Das sieht jetzt erstmal so aus wie so ein Eingangstor. Ich glaube aber, dass es ein Minibild sein soll, der ein anderes Set darstellt. Und zwar diese Todessternflucht. Hier haben wir zum Beispiel den Maus-Droiden. Der kann dann durch den Bogen noch durchfahren. Diesen neuartigen Statshooter könnt ihr natürlich auch noch eine Minifigur in die Hand geben. Und jetzt köpfen wir auch noch R2-D2. Zack. Tschüss. Kann man auch nie genug haben einen weiteren Snowtrooper, beziehungsweise in dem Fall tatsächlich eine Snowtrooperin. Sehr schade natürlich wieder ohne Backpack und ohne Karma. Das hier ist eine kleine Kanone, die man so auch auf Hoth finden kann. Ihr könnt den Kopf hier oben noch nach rechts und links bewegen. Ja, und ansonsten ist es eigentlich sehr simpel gebaut. Sieht dem Turm aber auf jeden Fall ähnlich. Also gute Arbeit. Oh, es wird immer offener hier. Guck mal, da geht es weiter auf Hoth. Das ist ein Minimodell des ATS, die Walkers of Hoth, den wir ja Anfang des Jahres auch schon als eigenes Set gesehen haben. Ich wüsste jetzt nicht, was man noch besser machen kann. So ein bisschen unproportional wirkt er aber trotzdem noch. Eine kleine Platte mit Schnee gibt es auch noch dazu. Oh, die Spannung steigt. Weitere Minifigur. Das ist Luke Skywalker in seinem Hoth-Outfit. Ja, sieht cool aus mit Beinbedruckung. Ihr könnt sein Gesicht hier auch noch herumdrehen, beziehungsweise die Brille über sein Gesicht legen. Figur ist aber so auch schon in einem anderen Set vorgekommen. Also nicht exklusiv hier drin. Das soll einen FDP-Tower darstellen, vermute ich mal. Können eine Minifigur hinterstellen, die dann den Dings auch noch so in die Hand nehmen kann. Zumindest theoretisch. Sehr basic gebaut hier hinten mit dem Druidenkörper. Türchen 22. Ach, guck mal. Das ist ein weiterer Eingang zur Vampa-Höhle, wo der Vampa natürlich wieder nicht durchpasst. Der ist nicht im Lieferumfang mit enthalten, keine Sorge. Das ist halt einfach nur als kleines Diorama gedacht, um da Luke Skywalker von der Decke hängen zu lassen. Ist eigentlich eine coole Idee. Hätte ich aber, denke ich, auch auseinander gebaut, um ehrlich zu sein. Jetzt werden noch einige Figuren, beziehungsweise zwei Figuren folgen. Ah ja. Das ist der weihnachtliche Gong-Droide hier mit einer riesen Mütze oben drauf und einem Bart. Sieht schon irgendwie ganz lustig aus. Wird wahrscheinlich bei Bricklink, beziehungsweise Brickset auch als eigene Figur gelistet. Deshalb kann man ihn hier auch mitzählen. Gong-Droiden müssen immer sein, würde ich mal sagen. Kommen wir aber jetzt zu Türchen Nummer 24 und ihr könnt euch schon denken, wer da drin ist. Natürlich, das ist R2-D2 mit C3PO-Fan-Pullover und dem Rebellenzeichen auf der Rückseite. Die Beine und der Kopf sind natürlich nicht exklusiv hier, nur die Bedruckung für den Torso. Wenn man dann den Kalender in einer Gesamtübersicht vor sich hat, ja, merkt man eigentlich keinen Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr, wo er dann halt nur 30 Euro gekostet hat. So wie eigentlich bei den anderen Preiserhöhungen auch. Ein paar Minifiguren gefallen mir hier ganz gut. Den Darth Vader finde ich auch überraschend gut, wobei ich damit damals wahrscheinlich niemals gespielt hätte. So ein paar Minibilds sehen ziemlich hässlich aus. Andere dafür sind wieder sehr, sehr cool. Aber was mich so ein bisschen enttäuscht, hier auf der Verpackung sieht es ja danach aus, als ob man jetzt irgendwie was Endor-haftiges hier bekommen könnte. Eigentlich keins von diesen Minibilds basiert wirklich auf Endor. Keine Ahnung, warum sie sich dann für dieses Boxart entschieden haben. So fühlt es sich einfach danach an, als ob man jeden Tag ein Lego Star Wars Magazin mit einem Minibild oder einer Figur kauft. Ich meine, 35 Euro für acht Minifiguren, das ist schon okay, wenn man mit jeder Figur was anfangen kann. Eine Überlegung wert. Es ist halt auch immer die Frage, wie relevant Minibilds für einen sind. Hier findet ihr noch mehr Lego Star Wars Reviews. Habt einen wundervollen Tag und ciao, ciao.